Hallo Leute! In diesem Video geht es um einen lustigen Hund, dem ziemlich langweilig im Flugzeug ist. Wenn du mehr solcher Videos sehen willst, abonniere jetzt unseren Kanal. Und wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, aktiviere außerdem die Benachrichtigungsglocke. Los geht's! Es war ein aufregender Tag für Hund Huxley, als er gemeinsam mit seinem Frauchen Ursula seinen ersten Flug von London nach Ibiza antreten durfte. Nachdem er die Sicherheitschecks hinter sich gebracht hatte und das Flugzeug schließlich abgehoben war, verflog die anfängliche Aufregung bald ganz von allein und Langeweile machte sich in dem Vierbeiner breit. Doch schon bald fand das junge Tier einen Weg, um sich bestens zu unterhalten. Er saß auf dem Sitz direkt neben mir und kam schnell in eine Stimmung, die er häufig an den Tag legt, wenn ich ihm nicht genügend Aufmerksamkeit schenke, sagte Besitzerin Ursula. Während sie las und ihren Vierbeiner eine Weile ignorierte, wandte dieser sich schnell von seinem Frauchen ab und setzte sich stattdessen eine Reihe nach vorn neben einem Mann, den er als neuen Reisebuddy auserkoren hatte. Der Mann schien sich über seinen neuen, wuscheligen Sitznachbarn sehr zu freuen. Er war entzückt und fragte Huxleys Frauchen, ob er ein paar Bilder seines Sitznachbarn machen dürfe, um sie seiner Tochter zu schicken. Ursula hatte nichts dagegen und so schoss der Mann Schnappschüsse seines neuen Freundes und spielte anschließend mit ihm. Dem Vierbeiner schien es sehr zu gefallen und so ignorierte er sein Frauchen, welches ihm zuvor die kalte Schulter gezeigt hatte. Doch als Ursula plötzlich die Tüte eines Snacks öffnete, kam Huxleys Aufmerksamkeit schnell zurück. Er änderte schnell seine Stimmung, als er bemerkte, dass ich Chips aß, so Frauchen Ursula. Das Tier blieb zwar auf dem Sitz vor Ursula sitzen, versuchte jedoch seinen Kopf zwischen den beiden Sitzen durchzustecken, um einen Happen abzubekommen. Doch es gelang ihm einfach nicht. Er gab alles und versuchte sich sogar mit seiner Zunge vorzuarbeiten, was unglaublich lustig aussah. Die Passagiere um Huxle herum amüsierten sich köstlich über das Schauspiel. Doch völlig ungeachtet davon versuchte Huxle weiter durch die Sitze an den Snack zu kommen. Viele Passagiere zückten Handys und Fotoapparate, um die lustigen Grimassen des Hundes einzufangen. Der immer noch versuchte, einen Teil der Chips abzubekommen. Doch schließlich wurde ihm auch das zu langweilig. Auch Frauchen Ursula war köstlich amüsiert von Huxleys Grimassen. Sie selbst fotografierte ihr Haustier ebenfalls, wie es mit ausgestreckter Zunge und dem Gesicht durch die Lücke zwischen den beiden Sitzlehnen gestreckt versuchte, an die Chips zu kommen und stellte diese online. Es dauerte nicht lange und die lustigen Grimassen des Vierbeiners gingen viral. So unterhielt Huxleys nicht nur den gesamten Flieger, sondern wurde auch online für seine amüsante Aktion gefeiert. An diese Reise würden die Passagiere mit Sicherheit noch lange mit einem Schmunzeln zurückdenken. Was würdest du eigentlich machen, wenn du verreist und Hund, Katze oder ein anderes Haustier besäßest? Würdest du es lieber mitnehmen oder bei Freunden, Nachbarn oder einem Tierhotel betreuen lassen? Schreib's mir jetzt in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann teile es mit deinen Freunden. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen willst, dann abonniere jetzt unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.